Oh, hallo. Was für ein scheiß Einstieg. Ja, ich habe 100 Abonnenten. Ja, ich freue mich irrsinnig. Danke an alle, die mich abonniert haben. Das ist ein riesen Meilenstein für mich. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es jetzt von einem Moment auf den anderen so extrem schnell passiert. Deswegen bin ich jetzt auch komplett unvorbereitet hier. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Außer mich natürlich zu bedanken und vielleicht auch über meine Zukunft zu sprechen. Nein, ich fange jetzt nicht mit Hellsehen an, sondern ich meine damit, was ich in Zukunft auf meinem Kanal plane. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht in die Zukunft geplant, welches Spiel das nächste kommt. Da bin ich immer relativ spontan. Aber, und da ist jetzt auch meine große Bitte an euch, sagt mir Bescheid, welche Spiele ihr gern mit mir gemeinsam spielen möchtet. Ganz egal, wie alt das Spiel ist, das ist die einzige Einschränkung. Ja, genau. Drei Fragen. Verdammt. Ich möchte noch drei Fragen beantworten, die mir in letzter Zeit öfter gestellt werden. Frage Nummer eins. Dieser Bart ist tatsächlich weiß. Ich habe den nicht gefärbt. Das wäre ein bisschen aufwendig, den alle zwei Tage zu färben. Ich habe einen weißen Bart. Ich finde ihn cool. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, wie cool er ist. Ich bin cool. Die zweite Frage. Ja, ich bin Österreicher. Ich denke, das hört man auch. Ich versuche zwar, schön zu sprechen, aber man hört es durf. Und die dritte Frage ist. Ich habe kein Problem damit, wenn ihr abends einen Altar für mich baut und rituelle Danksagungen durchführt. Ich hoffe, ich habe die Fragen beantwortet. Verdammt. Ich rede einfach weiter. Was soll's. Cut. Ja, wie gesagt, schon mal. Schon mal. Nochmal. Danke. Das wird sowas von dem nicht, das Video. Aber ich werde das jetzt trotzdem rausschmeißen. Das ist mir ganz egal. Ja, mach doch. Gib mir einen Daumen runter. Nein, gib mir einen Daumen rauf. Ich mache im Moment The Witcher 1. Bewusst The Witcher 1, weil The Witcher 3 macht im Moment sowieso jeder. Außer ich. Verdammt. Darkwood, was, glaube ich, relativ gut ankommt bei den Leuten, die es schauen. Da sind im Durchschnitt 10 Leute. Grüße an die 10 Leute, die mein Darkwood Let's Play schauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie ihr alles sicher mitbekommen habt, weil das ist wahrscheinlich auch der Hauptteil der Gründe, ich hätte mir ein Skript aufschreiben sollen. Das ist einer der Hauptteile, warum ich jetzt auf 100 Abonnenten gekommen bin. Homesick. Ich hatte ja damals, wie das Spiel rausgekommen ist, das große Glück, dass ich im Vergleich zu den größeren Let's Playern keine E-Mail bekommen habe, dass ich das Let's Play lassen soll. Und die Chance wollte ich einfach nutzen. Jetzt eher unbewusst, weil ich habe das mit der Mail erst nach dem Upload der letzten Folge mitbekommen. Ich wollte die Chance einfach dann nutzen und habe mir gedacht, hey, vielleicht hilft das ja was. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Auffinden, ein Push für meinen Kanal. Und das war es absolut. Aber da auch meine Bitte, ich habe mehr Spiele als Homesick gemacht. Glaubt mir, schaut da unten. Was ist da? Da ist meine Kanalbeschreibung und da ist eine Playlist oder es sind alle Playlists drinnen. Schaut da mal rein und wühlt euch ein wenig durch durch das große Sortiment des Taku. Von meiner Seite aus nochmal vielen Dank an alle, die mich abonnieren. Auch danke an alle, die mich in Zukunft abonnieren werden. Und auch an alle, die einfach nur so reinschauen. Mein Name ist Taku. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.